Ich bin Lidia und ich bin die Praktikantin im Kommunikationsteam vom Kaufmännischen Band Zürich. Heute, wie ihr seht, befinde ich mich nicht im Büro, sondern im Parkmuseum Rietzberg, wo ich heute remote unterwegs bin. Ich habe heute vor, mich meinen alltäglichen Büroaufgaben zu widmen. Und zwar wollte ich am Newsletter wieder arbeiten und später habe ich noch Meetings. Und ich bin sehr gespannt, wie alles funktionieren wird. Der Parkmuseum Rietzberg hat sich als super Arbeitsplatz erwiesen, da es mega ruhig war und die Natur und die Idyllen meine Kreativität gefördert haben. Was ich leider nicht so gut bedenkt habe, ist, dass Aufgaben wie Videoschnitt, bei denen man einen sehr scharfen Fokus auf die Materie braucht, draussen mit der Sonne nicht so geeignet sind. Im Grossen und Ganzen würde ich heute Parkmuseum Rietzberg auf jeden Fall weiterempfehlen, dass es Verpflegungsmöglichkeiten, WCs und sogar Sitzplätze im Schatten gibt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020